Guten Tag. Folgende oder ähnliche Durchsagen hören Sie täglich im Radio. Die A24 Pritzberg Berliner Rink zwischen Dreieck Wittstock-Dosse und Abzweig-Herzsprung ist in beiden Richtungen gesperrt. Und dann fragen sie sich, kann ich ausweichen oder habe ich die letzte mögliche Ausfahrt schon verpasst? Dieser Gedanke kam mir, als ich über die Entwicklung in Ostdeutschland nachdachte. Es gibt viele Baustellen, viele Straßensperren und immer häufiger landet man in Sackgassen. Ich erinnere nur an die Großbaustellen Cargolifter, Schipffabrik oder Lausitzring in Brandenburg oder an den Korruptionssumpf in Sachsen, der das ostdeutsche Musterland ins Schwanken bringt. Die Bundestagsfraktion der Linken wird am 25. und 26. April in Dresden auf der Ostdeutschland-Konferenz über Baustellen, Straßensperren und Sackgassen im Osten diskutieren. Dabei geht es weniger um Straßenbau als vielmehr um neue Wege der Politik. Wir haben die Konferenz Überholen ohne Einzuholen genannt. In dieser Losung steckt nicht nur Selbstironie. Wir können angesichts wachsender Armut, niedriger Löhne und mangelnder Investitionen in Ostdeutschland nicht einfach so weitermachen wie in den letzten 19 Jahren. Wer in einer Sackgasse zum Überholen ansetzt, der verbraucht nur viel Benzin und wird abrupt ausgebremst. Die Linke sucht neue Wege. Auf der Suche nach der richtigen Abfahrt laden wir Sie gern zu unserer Konferenz nach Dresden ein. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite linksfraktion.de